In diesem Video erfahren Sie mehr über Aufgabenvariationen. Folgende Fragen werden dabei geklärt. Wie komme ich zu den Variationen? Was sind Aufgabenvariationen? Wie kann ich passende Aufgabenvariationen finden? Zu ausgewählten Aufgaben bieten wir Ihnen Aufgabenvariationen an. Aufgaben mit Variationsangeboten sind durch diese Blume gekennzeichnet. Über die Nutzung des Suchkriteriums Aufgabe enthält Variationen können Sie sich alle Aufgaben mit Variationsangeboten anzeigen lassen. Mit einem Klick auf die Blume für Variationen können Sie sich immer die Aufgabenvariationen einer Aufgabe anzeigen lassen. Zunächst werden Ihnen alle Aufgabenvariationen zur ausgewählten Aufgabe angezeigt. Aufgabenvariationen können sich in verschiedenen Dimensionen von der Kernaufgabe unterscheiden. So kann das Aufgabenformat bzw. die Problemstellung variiert werden, ebenso das Unterstützungsangebot, die Sprache, der Einsatz von Bildern oder der Aufgabenkontext. Mit einem Klick auf den Link »Was ist das genau?« finden Sie detaillierte Beschreibungen der Dimensionen. Mit einem Klick auf den Pfeil »Zurück« gelangen Sie wieder zu den Aufgabenvariationen. Über die Ausprägungen in den Dimensionen können Sie gezielt nach bestimmten Aufgabenvariationen suchen. So können Sie sich beispielsweise Aufgabenvariationen suchen, welche in Bezug auf die Kernaufgabe sprachlich vereinfacht sind und in der bildlichen Darstellung variieren. Ihnen werden nun jene Aufgabenvariationen angezeigt, welche Ihren Suchkriterien entsprechen. Mit einem Klick auf das Feld mit dem Pfeil können Sie die Aufgabenansicht öffnen. Sie finden hier die Aufgabenvariation und einen kurzen Aufgabensteckbrief. Mit einem Klick auf das Feld »Aufgabenvariation in Aufgabenheft« hinzufügen, legen Sie die ausgewählte Aufgabe in Ihrem Aufgabenheft ab und können diese dann drucken oder speichern. Mit einem Klick auf das Feld mit dem Pfeil schließen Sie die Aufgabenansicht und gelangen zur Ergebnisübersicht zurück. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.